da bin ich wieder direkt aus meinem kleinen kerker studio irgendwo unter einem dortmunder vorort und ich nehme keine gefangenen dort ist eine zeichnung einer opferung an der wand und ich habe keine ahnung was das bedeuten soll ist das nur eine falle oder haben vielleicht auch nicht wer weiß naja ok es geht auf jeden fall weiter hier nach westen ja also hat zack nach dem westen ok die treppe genau ja da geht es auf das dach des tempels ja ja dann würde ich mal sagen da oben oder ja los was kann schon passiert abgespeichert ist also los geht's nach unten geht es zurück zum obergeschoss ja ist klar aber jetzt bin ich hier endlich mal wieder einer frischen luft ja sommer schön schöner blauer himmel ja nett nett es geht nach osten weiter hier sieht es so schön friedlich aus ich glaube kaum dass es hier irgendwelche bösen fallen gibt nein kann ich mir nicht vorstellen bei der schönen aussicht sieht ja immer schöner ich bin auf dem tempel es ist schon spät die sonne steht schon reichlich tief ja sehr schön ein sonnenuntergang was ist das hier eine steinplatte okay kann ich die vielleicht öffnen öffnen steinplatte das kann ich nicht öffnen aber vielleicht drücken los das muss doch hier hier ist vielleicht der schatz drin nein diese doch viel zu was hat er gesagt das ich war nicht schnell genug die so viel zu schwer ach so ja gut so schwer kann ich sie vielleicht ziehen nein ist auch zu schwer aber kaputt hatten vielleicht hacke los das muss doch funktionieren hier hacke steinplatte das würde nichts bringen ach komm schon sprengen vielleicht ja komm ich mache alles kaputt los ich bin uns erstmal hier benutze dynamit mit steinplatte steinplatte ich wüsste nicht was mir das hier helfen würde naja ich weiß es schon es machten lauten kabobs und offen ist das ding funktioniert nicht ärgerlich sehr ärgerlich aber vielleicht funktioniert das ja mit der hacke da wo ist er denn fackel werkzeug goldener stab hacke genau hier benutze hacke mit naja will wieder nicht er muss mit steinplatte das würde nichts bringen naja dann geht es aber hier weiter nach osten probieren wir das noch mal ich muss das hier erst mal hier in ordnung bringt so jetzt müsste es funktionieren sehr gut okay nach osten so was aber denn da ich sehe einen gegenstand der in einem opfertisch steckt was denn das hier was ist das sieht aus wie ein deutsch oder so hoch hier hoch ein deutsch gut nehme ich mal mit hier nimm solch jawohl der ist sicher wertvoll ganz bestimmt ja weg ist gut gott sei dank wird ja heute nichts mehr geopfert na gut es geht weiter nach osten schauen wir mal na was haben wir denn hier hoch meine güte muss das hier mal grausam gewesen sein fürchterlich naja ich weiß ja nichts jedenfalls sehe ich nichts naja gut dann weiter nach osten dort liegen zwei große steintafeln auf dem boden aha ok steht da irgendwas drauf sieht aus wie schriftzeichen lese steintafeln echnaton lebt ewig ich glaube da bringen die maya was durcheinander naja ok da kann ich die vielleicht mitnehmen mir tut jetzt schon mein kreuz weh dein danke noch schade die werden bestimmt gewährt echt naja ok schade da wieder zurück ich habe nämlich schon eine idee wo die ich diesen dolch hier benutzen könnte da in diesem geheimgang da war doch so eine vorrichtung mit so komischen zeichen und das sah mir verdammt nach einem dolch aus ich wette da passt der als eine art schlüssel aber ich will vorher noch was anderes probieren und zwar auf der anderen seite da gab es doch diesen gang der ganz dunkel war und ich habe doch jetzt eine fackel dabei ja vielleicht ist da ja noch mehr zu holen das würde ich auf jeden fall noch ausprobieren also wackele ich mal fix zurück glaube ich nehme da diese abkürzung da diese rutsche wo war das noch erstmal hier nach osten na komm schon so genau nach süden als soweit war das nicht hoffe ich jedenfalls naja wird schon gehen es muss gehen ja so wo war das denn jetzt ja tür links gut gelegentlich nach vorne ich habe kein horn ja genau das war das hier ja dann machen westen ja genau jetzt weiß ich wieder wo ich bin hier hat dieses zepter gepasst genau sehr gut sehr sehr gut dann mal zurück ja jetzt weiß ich wo es lang geht genau jetzt treffen wir noch auf eine ganze menge blutflecken ach ja halt etwas furchtbares muss hier passiert sein ja schrecklich ja ja ein blutbad sondergleichen noch mehr blut das ist nicht schön weiter nach süden so muss jetzt in diesem raum den ich aufgesprengt habe mit dynamit da gibt es diese rutsche die führt dann nach unten genau da komme ich dann von da aus schnell in diesem gang da so dunkel war auf der anderen seite ja ich hoffe ich vertue mich da nicht nein das muss ich auf jeden fall noch ausprobieren auf jeden fall ja lass mir doch keine schätze und punkte entgegen nein ich muss hier das ganze verfluchte maya misting hier erkunden ja ja hier ist ja dieser sack wo wir das jetzt noch aber das hier nach westen war das hier ich meine ja oder ja genau hier war das doch sachen worden und hier war doch glaube ich diese rutsche oder hier gibt es nichts besonderes zu sehen habe ich mich noch vertan naja ich meine das kommt davon wenn man sich keine karte zeichnet will das wird schon so gehen ich war so komplex ist das jetzt hier auch nicht ich hier müsste doch jetzt diese rutsche sein ja das sieht wie eine rutsche aus genau okay dann mal ab hier runter genau nach unten da lande ich doch jetzt wieder an diesem baum ja hinunter komm schon attacke ja da bin ich wieder gut dann zurück zum temple eingang dann muss ich auf die andere seite in diesem dunklen gang ich hoffe das funktioniert müsste aber funktionieren tja hohe mauern und gras ja so jetzt müsste es wieder nach oben gehen beziehungsweise nach norden die treppen hoch ja einen langen langen gang aufstieg oder so na ja eine sehr hohe treppe ja genau eine sehr 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 hohe treppe und ich betrete sie und betrete und betrete und verklicke natürlich aber in erster linie betrete ich sie so jetzt stehe ich wieder vor dem eingang sehr gut ja ein grabforscher muss geduldig sein und sich alles ganz genau ansehen ja das ist wichtig sehr wichtig ja jetzt bin ich auf jeden fall wieder drin in den katakom gut hier ja da habe ich was habe ich da gefunden weiß ich gar nicht mehr aber das war das das seil glaube ich genau und hier war das mit dem wind nein da wollen wir nicht hin weiter nach norden genau ja mein gedächtnis funktioniert ausgezeichnet ja hier bin ich dann über die mauer geklettert so weiter nach norden wundervoll gut so geradeaus geht es dann zu diesen statuten genau aber ich gehe jetzt nach osten genau da kommt dann hier dieser dieser gang der vollgas gefüllt war und ich meine glasmaske aufsetzen musste ja und da wurde es ja dann irgendwo sehr dunkel und da müsste doch dann meine fackel eine fackel irgendwie was zu ausrichten können hoffentlich schön wär's ja so langsam fühle ich mich hier richtig heimisch zumindest kenne ich mich jetzt ganz schön gut aus ok dann jetzt hier weiter nach norden ja da kann doch jetzt dieser gemeine fiese geheimgang genau der eigentlich gar kein geheimgang war sondern eine todesfalle eine fiese nein da fallen wir nicht noch mal drauf ein nein ich nicht genau hier diese oliver täflung nein die lassen wir hier liegen und gehen weiter nach westen so ja und so weiter hier war irgendwas mit diesem kimm ich auch der sei gepriesen und so ich erinnere mich ganz genau ja hier geht es weiter nach norden so dann war da irgendwo eine wand die ich aufgekloppt habe ja erst mal waren hier war hier diese falle diese vermeintliche mit den bräten aber da kommt doch jetzt irgendwo ja dieser durchbruch den ich mit der hacke aufgehackt habe wenn ich mich nicht irre und da lag dann diese gasmaske drin ja genau hier dann geht es hier weiter so nach osten so jetzt wird es langsam spannend ich hoffe das funktioniert wäre ja schön so das gras hat sich verzogen dann weiter nach norden kein wunderschön aussehender diamant liegt auf dem boden ne den habe ich ja schon eingesackt sehr gut so jetzt müsste es doch hier diesen dunklen gang geben die wand ist mit schriftzeichen bemalt ja genau weiter nach westen so jetzt aber hier war dieses Obst diese Obstschale das war lecker ja lecker wundervoll ja hier war die Spinne ja gut die Spinne hat mir verraten dass die Programmierer keine Idee mehr hatten was sie unter dem Befehl Lese doch einbauen könnten so I don't see anything genau hier war die Stelle jetzt schaue ich mal ob ich jetzt hier nicht die Fackel benutzen kann wo ist er genau benutze Fackel mit mit ne 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 Mist ja so ein sheet aber auch ich dachte das wird funktionieren aber nein kann ich nicht nehmen aber hätte ja funktionieren können naja ein versuch war es wert okay okay man so viel zeit muss sein so viel zeit muss sein wirklich ich meine wir sind hier in einem entschleunigenden c64 spiel und ja wir haben es ja nicht eigentlich nein wir nehmen keine gefangenen niemals so okay dann weiter nach süden ja dann muss ich wieder zurück dann gehe ich jetzt in diesen Raum wo Razor wohl dieses Schloss angebracht hat und ich glaube da komme ich jetzt weiter mit dem Dolch genau an dieser Stelle ja denn da passt er glaube ich genau in diesen Stein rein als eine Art Schlüssel gut gut so nach Westen bitte so okay hier war die der Durchbruch weiter nach Westen bitte doch ne geht doch hier nach Westen ja sicher ja ja und nach Süden bitte na nochmal jo 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 mach mich so jetzt geht es weiter nach westen genau so und dann muss ich nach norden durch das dunkel da da müsste ich doch wieder durchkommen genau hier an dem brett vorbei da müsste ich doch wieder bei den statuen vorbeikommen das ist aber hier pingel ich hier mit diesem geklicken so genau jetzt geht es hier weiter nach norden weiter ich will zu diesem ominösen schloss ja an den köppen vorbei hier nach norden so jetzt aber jetzt wird spannend ja hier muss es doch jetzt endlich weitergehen gut ein hier nach westen ja da habe ich die liane dran gekettet an das loch genau oder dran gebunden und da konnte ich dann nach unten steigen erst mal hier weiter durch diese kleine öffnung durch ja so genau hier geht es nach unten herunter ja los jetzt jetzt geht es aber jetzt geht es dir jetzt geht es dabei echt jetzt ja mich kann nichts aufhalten nein jetzt hier passt der dolch als schlüssel ich bin mir sicher dass sie doch das sieht doch aus wie ein dolch ganz sicher gut wo war der denn der dolch ganz oben knochen eiserner szepter durch da benutze durch mit öffnung und es hat geklappt ja ich habe es auch gewusst was kommt der die auf zum nächsten rätsel ok wenn es sein muss nach norden eine rätsel was haben wir denn da jetzt schon wieder so ein stein das sieht doch aus wie die knochen ja klar das sind knochen septer eiserner schlüssel knochen benutze knochen in öffnung ach ich kann weiter gehen mensch ich bin klug und schön und überhaupt mensch ja 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 gut das geht ja noch weiter na gut dann nach norden dann so langsam sollte ich doch mal diese schatzkammer hier erreicht haben oder da ich finde schon oh himmel arsch und sphieren nimmt das denn nie ein ende ja das ist doch ganz eindeutig ein diamant oder ja sicher dann wollen wir mal schauen hier wo habe ich den denn den diamanten da ist er benutze die halt 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 freunde freunde halt bevor ich jetzt hier weiter mache ich speichere ich lieber noch mal ab besser ist das matze 4 ja und speichern man weiß ja nie bei diesen diesen mayas und so ja dieses gesocks ja ganz ganz schlimmes pack war das das sage ich euch so ok also jetzt was ich mit dem diamanten benutze diamant in öffnung attacke super ich kann weitergehen was zum teufel was gut denn du schimmert was weiter nach norden was schimmert denn da dass das dann noch ein rätsel das nur ich bin reich das ist die schatzkammer des lupil ja was ja jetzt meine ich ja 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 okay mensch das war aber ganz schön grell hier drin alles voller gold ja ich bin reich und berühmt und und überhaupt wie soll ich das zeug rauskriegen und wo ist raser und sirene das kann doch nicht sein bin ich tot oder hallo stimmt doch hier nicht ja ja gratuliere sie haben das spiel gelöst und den schatz des lupil ja weit gefunden aber seien sie doch mal ehrlich das ist doch kein happy end oder wollen sie gar keins also gut wir haben eins auf lager nachdem heinrich den schatz haben auf ein schiff geladen hat möchte er den erfolg angemessen feiern ja er betritt eine versteckte war eine versteck gelegen alte wirtschaft und bestellt eine runde bier für alle der betagte wird tut wie ihm gesagt und begibt sich zur theke er zappt ein bier nach dem anderen und beginnt dann das bier an alle zu verteilen der erste gast nimmt das getränk in heinrichs richtung dankend an er schielt bereits denn er hatte schon eine kiste okay der herr wird fährt fort sein tablett zu entleeren in einer dunklen ecke des raumes sitzen zwei deprimierte gestalten racer und serena die als da wird erzählt wer der wohltäter ist nicht wie zu erwarten ihre ihre was denn ihre m16 und granaten aus dem waffenkoffer erfolg haben umso rache für die entwendung des schatzes sondern heinrich zu sich rufen und ein gespräch beginnen was für ein glück indem sich sirena und heinrich überraschend nahe kommen außerdem erkennt razer dass er und heinrich bei der geburt getrennte zwillinge sind okay machen wir es kurz heimlich unsere sirena heirateten und ron knief ist jetzt rauszeuge wir hoffen das war kreativ genug naja ist okay oh wie nett hochzeit eieiei ja sirena ist ja wirklich lieblich ja ja eine stattliche frau wundervoll ja schön gut ja dann bin ich jetzt ein ehemann und kann ich mich in die highscore eintragen eieiei und bravo ihnen ist ein ehrenplatz in der highscore sicher aha sie stehen an platz zwei bitte geben sie ihren namen ein schön matze sehr gut aber nur platz zwei dann muss ich noch irgendwas übersehen haben weil ich dachte eigentlich ich hätte alle schätze gefunden kann doch nicht wahr sein nur platz zwei naja oder es kann ja sein dass ich zu lange gebraucht habe ja und nun passiert noch irgendwas gut in der autorenkammer das war's also ja das war's der forscher und weißt du was wird für die quatsch verbraucht haben zwei blöcke drei dina vier hefte 20 disketten oh feier ja und drei stifte jede menge dextro energien haufen weiße kuchen und fast weiße getränke ja 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 ist doch schön finde ich gut oder und wie war das mit deinem fast nerven zusammenbruch wo schlimm sag ich dir schlimm heute nacht habe ich sogar geträumt was hast du geträumt alter ich habe geträumt dass otto rehagel zu bayern geht aha ja das war schon ein paar tage her würde ich sagen das war aber ein ganz schön böser traum aber otto will so etwas nie tun nicht unser auto bei bayern münchen ja der witz ist alt aber trotzdem lustig aber spaß beiseite das spiel ist zu ende das leben fängt wieder an ich hoffe nicht jetzt können wir nach was villa villa riva bei villa banko gehen ok ich habe gestern zwei karten für das dort stattfindende kelly family konzert gekauft macht schön die family ja cool ja das wird doch sicher eine große feier mit feuerwerk und so aber mit der family was du willst da nicht hin so etwa ich dachte doch nur lass uns lieber zu sarikakis gehen aha wer sogar als sarikakis ich weiß nicht okay ist ja auch ganz lustig da wenn du behältst okay das ist ja ein mega finale ich halte es nicht aus kommt da jetzt noch was wer weiß wer weiß er lädt vor sich hinten aha das shift hält scrollen an ok ja dann hau mal raus hier beim scroller na los ah aha der abspann ok die jones torben schuhmacher professor henry jones carsten lehmann das war wohl der falsche abspann also noch mal das war unser erstes spiel heinrich sei dank es ist vorbei gedauert hat es viel viel zu lang fast schlug ich den computer zu brei in all der was schwere zeit gab es nur einen trost das resultat zu verbreiten deshalb sagen wir jetzt prost ok und auf wiedersehen das ende naht wie könnten wir widerstehen euch die credits zu unterbreiten der forscher wurde mit den folgenden programmen erstellt mit art studio koala painter blazing paddles mespan final sprite artist was ist das k converter ninja tools designer 3.0 sound monitor plus digi drums was ist das isp editor können ich speech basic autostart maker und hydras sowie selbst geschriebenen editoren skum und sprite parameter spielgrafiken naja wir danken und grüßen die folgenden person thomas bahn unseren test spieler der es nicht schaffte am maya priester vorbeizukommen ok kerstin lindemann die das spiel testen wollte obwohl sie blond ist tom davids der so viel zu tun hatte dass er sich nicht melden konnte ja die love des mcjewa weil sie nichts mit dem spiel zu tun hatte ok alle die mich ach ja und karsten kennen ok harald schmidt und jürgen von der lippe weil sie sich nach Wilhelmshaven trauten Till und Obel und weil sie sich ebenfalls nach ja Pumpwerk trauten thomas gottschalk herbert feuerstein ditamur das rtl samstagnacht ensemble rüdiger hoffmann und oliver kalkhofe weil sie uns aus dem herzen sprechen aerosmith ähm rosen slime etc weil sie uns auch in der techno und rapzeit nicht alleine ließen das ist wohl wahr genau frank elsner weil er uns immer ein geiles spannendes jeopardy finale beschert ja gute zeiten schlechte zeiten unter uns äh marienhof danke für die wohnlose daily soap operas ach schön volksmusik weil sie so schön sinnlos und wohl klingt ist die kirche weil sie genauso also jetzt muss hier aber mal schluss sein echt jetzt ähm wen willst du denn noch alles grüßen green mom ähm irgendwann ist immer alles vorbei also auch der forscher na gut also macht's gut bis irgendwann mal im nächsten adventure vielleicht haha 1995 cp verlag hu hu torben schumacher und carsten lehmann ja jungs vielen dank für dieses lustige spielchen ja hat spaß gemacht ja freunde bei diesem abenteuer hier fällt mir ein abschließendes resümee wirklich etwas schwer wir dürfen hier bei aller kritik nicht vergessen dass es sich bei der forscher um eine sogenannte low budget produktion handelt die in einer magic disc veröffentlicht und lediglich von nur zwei personen entwickelt wurde auch vergleiche mit den bite riders sind da fehl am platz deren spiele fanden in einer ganz anderen liga statt was die personelle ausstattung die kreativität und meiner meinung nach auch das programmiertechnische know-how betrifft also versuche ich hier fair zu bleiben und lege bei diesem titel hier mehr gewichtung auf meinen persönlichen spaß den ich beim spielen hatte also mir gefiel sehr das gummähnliche interface es sorgte bei mir schon beim bloßen ansehen für vorfreude genau auch die intro sequenz mit dem herrn knief versprach da wirklich großes umso überraschter war ich dann als ich im spiel keinen protagonisten sah sondern mich aus der ego perspektive bildschirm für bildschirm vorzubewegen hatte so wirklich enttäuscht war ich aber nicht darüber da ich ja solche adventures schon oft gespielt habe und als ganz großartig empfand und obwohl ich adventure in denen man sterben kann nicht unbedingt mag ich bin da wirklich sierra vorgeschädigt empfand ich dieses spielelement bei der forscher als durchaus gelungen und auch lustig beschrieben problematisch hingegen sind die extrem langen nachladezeiten oft brauchte ich wirklich nerven aus stahl ja da man in dem maya temple oft von einem ende zum anderen ende laufen musste hier würde sich ein integrierter fast loader gut anfühlen und hätte dem spielfluss doch sehr geholfen die grafik ist ganz okay nicht herausragend oder gut gemacht aber man konnte alles gut erkennen und ließ mich manchmal auch schmunzeln zum beispiel die darstellung der skelette oder die ganzen blutflecken überall das war schon cool gemacht oder diese schriftzeichen und so das war schon ganz nett hat mich sehr unterhalten was aber wirklich fehlte das war die musik und die sound effekte ja es gab zwar eine eine titelmelodie die auch wirklich stark ist die mir sehr gut gefallen hat aber während des spiels blieb einfach alles stumm fand ich sehr schade darum habe ich also ein bisschen ambient musik eingeblendet zwischendurch und an stellen wo es meiner meinung nach ganz gut gepasst hat okay und der forscher wirkte auf mich dadurch etwas unausgereift und unfertig auch die rätsel sind oft viel zu einfach geraten allerdings erfuhr man dadurch auch schnelle erfolgserlebnisse was der allgemeinen motivation dann auch zugute kam ja im ganzen würde ich dem forscher aus heutiger sicht eine solide 6,5 von 10 retro punkten geben also man kann das spiel durchaus mit spaß an der sache spielen man bereut es auf gar keinen fall sollte man auf jeden fall mal machen ja das war hier also meine review zu der forscher ich hoffe ihr hattet dabei genauso viel spaß wie ich beim spielen und wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder bis dann ciao